Die Geburt meiner Tochter will, nicht muss. Das ist ein Aufstiegsspiel in Mannheim, was wir gewonnen haben mit Sportfunde Lotte. Ich hier Fußball spielen kann, habe ich keins. Ibiza, mein Haus war, glaube ich, ja. Auch wieder die Geburt meiner Tochter. Ich habe keine besonderen Abläufe. Dann freue ich mich. Bin ich meistens abgefuckt. Dann weiß ich noch nicht, eventuell Unternehmer, so in die Richtung. Dann hoffe ich irgendwie im Sport zu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.